Ja, so, nachdem mich ein paar, nachdem mich ein paar angesprochen haben, weiß ich jetzt endlich, wo ich lang gehen muss. Ich habe soweit alle Wege erkundet, alle Wege, die schwerer sind als den Weg, den ich eigentlich gehen sollte. Oh, warum, warum nimmt der nicht das Schwert in der Hand? Das war jetzt aber. Ja, komm runter, das ist gut. So, Moment, Moment, Moment. Ach, scheiße, muss ich gegen den Kämpfer? Okay, der wirft das von oben runter, schafft er es? Nee. Ich versuche mal gerade zu gucken. Tastaturmäßig. Wie ich die Gegner denn anvisieren tue. Zielfixierung mit O. Und was ist mit dem Controller? Okay. Okay, dann drücke ich mal O, O. Ah. Okay, dann muss ich halt mit dem Controller spielen und Ziel so fixieren, dass wir dann mit O fixieren. Alter, ich kriege hier die Krise. Ah. Ah, wie ich das... Jetzt kriegst du da oben erstmal einen hin. Darf nicht wahr sein. Oh. Nein, 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 nein. Nein, nein. So, sowas nennt man Double Kill. Okay. Also. Hier ist ein Eingang, sagt mein Kollege. Den könnten sie aber auch nicht ganz versteckter machen, ne? Kann doch nicht wahr sein, ne? Und hier laufe ich vorbei. Ja gut, okay, man sieht den hier nicht ganz. Guck mal. Bin ich denn jetzt richtig? Wir werden schon... Wie eine Riesen-Watt-O-Töne. Hoffentlich ist das der richtige Weg, mein lieber Marcel. Okay, von der Seite lässt sich die Töne nicht öffnen. Das ist gut, der visiert dann von automatisch an. Wenn ich das einmal betätigt habe. Also die anderen Leute. Hat der mal kurz die Bombe anvisiert? Ne, ist klar. So, wir haben doch hier auch ein paar Sachen. Also mit der Menschlichkeit kann ich dann sozusagen diese Geister da töten. Zumindest das ist was... Was für meins. Hm. Oh, so ist nach hinten ausweichen nochmal. Kann ich da jetzt nicht rauf, oder was? Kann man nur springen? Warte mal. Warte mal. Warte mal kurz gucken. Warte mal kurz gucken. Geh laufen, laufen. Nein. Ich kann der hoch, aber, äh... Er will ihn nicht. Gerade ist er hochgelaufen. Jetzt will er auch noch laufen, meine ich. Ah! Warum kann ich jetzt nicht da hoch? Hm. Geheimwege. Äh, suchen, suchen, suchen. Irgendwo wird es schon was geben. Äh, okay. Wir gehen mal durch den Nebel hier. Hm. 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 Leiche plündern, verlorener Untoter, verlorene Seele. Ich nehme mein Schild wieder. Okay, äh, da hätten wir eigentlich raufgemusst. Ging ja nicht. Ist sowieso Brücke kaputt. Oh, nein, nein, nein. Gegen den möchte ich nicht kämpfen. Gegen den habe ich schon gekämpft. Und der ist nicht gut. Hm. Wenn ich hinterher gegen den kämpfen muss, dann möchte ich aber auch bitte eine stärkere Waffe haben. Oder zaubern. Das ist eine Leiter. Da kommen wir aber nicht drauf. Da müssen wir dann unten hingehen. Falls wir oben nach unten kommen. Höh. Höh. Au. Alter. Ich glaube, ich lasse die mal erst mal hier runterkommen, dass ich den mit den Pfeilen dann hinterheranleite. Oh. Nein, nein! Trinken, 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 trinken. So, egal. Brandmombe. Nein! So. So macht man seine Gegner auch platt. Äh... Ne, die Axt durchgehalten. So, jetzt nur noch innen anvisieren. Kollege, wenn du triffst, ist mein Schild. Ja, und jetzt hast du leider daneben. Höh! So. Who is the next? Oh, oh, oh. Das wollen sie aber wissen. Okay. Zwei Leute anvisieren! Nein! Oh, oh. Schlückchen trinken, aufrissen, läuft. Helm, 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 Helm. Hau ab! Verzieh dich! Äh... 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 Ausrüstung aus. Ja, äh... Äh... Wir haben irgendwie einen Helm gekriegt, einen neuen... Äh... Gucken wir mal, was ist jetzt besser. Äh... Äh... Fensterzeit, den Teleport zum Leuchtfeuerfluss zählen. Ja, machen wir mal den Teleport zum Leuchtfeuer. So, weil wir brauchen ja nur einmal dieses Seelendinges. Ah! Oh! Hmm... Streitachs haben wir. 95. 95. Okay, das Schild ist das gleiche. Drachenwappenschild. Nehmen wir das. Sieht ein bisschen anders aus. Och, 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 och. Äh, ja. Ein bisschen anders. Warte mal, kommen wir da durch? Ich würde mal sagen, nein. Lässt sich auch von dieser Seite nicht öffnen. Okay, okay. Okay, du, bitte. Okay. Die beiden Werfer sind immer noch oben. Ein ganz harter hier. Halleluja. So. Ich glaube, da draußen gehen wir erstmal nicht. Hier gibt es schon wieder viel zu viele Wege. Aber auch nur einer Weg führt zu dem Sieg. Eine Truhe. Was ist da drin? Schwarze Feuerbombe. Hm. Behalten wir uns mal. Die muss bestimmt irgendwie wichtig sein. Also bestimmt wichtig. Bestimmt gut. Stark. Dass man die nicht sofort einsetzt. Also für mich jedenfalls. Also für mich jedenfalls. Ja, da ist eine Truhe. Aber da hinten sind auch Gegner. Waren wir uns vorsichtig. Goldharz. Wieder eine Frage. Wofür brauche ich Goldharz? Was? Für was setze ich das ein? Und es gibt ja so Leute, die helfen mir auch beim Spielen ein bisschen. Das finde ich ja gut. Damit ich weiß, wie ich das mache. Oh, jetzt hier. Gladiatorenart. Mittelmäßig. Wer greift zuerst an? Gute hin. Hey. Yeah. Das sind ich nur am Battle. Und. Da. Und tot. Ja, so stelle ich mir richtig gute Battles vor. So richtig schön. Okay. Ich gehe mal nach oben. Ach, guck mal hier. Etze ist wieder da. Das darf nicht wahr sein. Die trinken. Die trinken auch Heildinger. Damit die. Oh. Oh. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut. Von dem Spiel kann man ja einiges erwarten. Von daher. Jetzt kommen sie wieder hier. Okay. Warte mal. Ich mach es mal eins einfach. Gut. Hat nichts gebracht. Wenigstens weiß ich, wie man die Gegner jetzt anbietet. Wenn es so weiter geht, ist es super. Weil bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. Läuft auch ganz gut. Ähm. Runter oder rauf? Ja, ich werde es merken. Sobald ich sterbe, weiß ich, dass ich da falsch hingegangen bin. Nein! Definitiv. Falsch. Das merkt man auch erst, wenn es auf einen zukommt, ne? Ah, warte. Oh. Das werde ich von einer Kugel überrollt. Dann von einem brennenden, äh, Fass. Ich geh mal erst da rauf. Um zu gucken, was da oben sein könnte oder ist. Die Fässer sind ziemlich, ähm... Okay, scheint nichts drin zu sein. Durch den Nebel. Ähm. Ja. Was machen wir denn jetzt? Mal gucken. Wir gehen rauf. Rauf können wir nicht. Okay, dann gehen wir durch den Nebel durch. Äh. Okay. Untenrum. Hier und jetzt. Okay. Äh. Wir gehen mal rauf. Einfach durch den Nebel. Wenn wir sterben... Dann sind wir wieder bei dem Leuchtfeuer, ne? Ja, okay. Ich sehe ja selber, wenn wir durch die Beine jetzt nicht so viel abhaben oder abkönnen. Ich kann nicht mehr rauf. 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 Ich schätze mal, der Weg war wieder falsch. Ach, schade. Jetzt bin ich wieder hier unten. Naja. Ähm. Gut. Dann versuch's halt noch mal. Dann versuch's halt noch mal.